Was uns nicht viel bringt. Also ja, Hörbele ist eigentlich ein Plant-Gerder-Potage-Maker. Ja, dich können wir zum Furnasser machen. So, das ist dann unser Furniss-Operator. Der macht Potage, äh, Potage, schmelzt Charcoal ein und so weiter. Soweit wir das dann mal gemacht haben. Äh, Farmer bringt uns nicht viel. Was ist mit dem Presser? Äh. Dich könnten wir zu einem zweiten Fisch machen, wenn du schon Fisch-Cleaning hast. Äh, be-be-be-be. Fischerdwarfs. Fisch. Es gibt schon, äh, es gibt ja hier Fisch. Kümmert sich da irgendjemand schon drum? Fisch. Äh. Hm, Fisch. Das ist, glaube ich, alles Fisch, der nicht verarbeitet werden kann, oder? Doch, der kann verarbeitet werden. Also jemand kümmert sich auf jeden Fall schon mal drum. Gut, wen haben wir noch hier? Eigentlich nur noch den Messenger. Ja, das ist ja schon. Ja, das ist ja schon. Wisst ihr was, der hilft jetzt einfach mal, der Messenger. Labor, Planter. Wobei, Dabbling, 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 Dabbling. War Dabbling gut oder war Dabbling eigentlich eher amateurhaft? Ne, hilft doch an die war nicht. So, jetzt mal gucken, sind eigentlich unsere... Nein, sind sie nicht. Aber eigentlich habe ich ja gesagt, Artefacts sollen nicht da gelagert werden. In den Kisten ist schon immer was. Ich finde es lustig, dass sie irgendwie das Essen überall liegen lassen. Ah, und hier haben wir noch gar nichts gedumpt. Sollen wir auch mal machen. Sollen wir uns gleich die Nachrichten ansehen. Okay, gucken wir mal. Fighting, fighting ist okay. Und unser Metal Dwarf hier. Folgen wir dem einfach mal. Okay. Musik Hat er sich wieder beruhigt schon? Nö Sind wir mal? Wir können keinen Metal-Workshop machen, weil wir keinen Anvil haben. Okay. Wo ist er jetzt hin? Play Make Believe Okay Okay, er ist immer noch da, aber gerade vor den Hunden verdeckt Okay, er ist immer noch da, aber Okay, wir können auch noch da, aber Okay, es ist immer noch da, aber Okay, wir können auch da, aber ich habe da irgendwelche sachen ich habe jetzt gerade das problem dass ich nicht weiß was ich mit dem zwerg machen soll also der den strange mood grad hat das gute ist dass mein ding jetzt aufgeräumt ist was bringt hier ein ja Ich frage mich jetzt nur noch, warum sie überall in der ganzen Gegend Essen verteilen. Ich meine, wir haben doch einen Ort für Essen. Hier. Ja. Und das Essen wird auch da gelagert normalerweise. Ja. Wie sieht das mit unserer Munition aus? Wir haben ja Poles jetzt mittlerweile. Und ja, ich glaube, ich gehe mal da runter ein bisschen. Ich glaube, da werden immer 25 hergestellt. Nein. Ich komme tagsüber. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, irgendwo kann ich da ja glaube ich noch was einstellen Ach ja, stimmt, ich muss ja auch noch zonenmäßig Äh, Archery Range So, kann ich dann Gerade noch eine Archery Range Hier drüben hinsetzen Und auch sagen, dass die da trainieren sollen Ja Gut Gut Achso, da ist ein Pebble versteckt Gut Vielen Dank. Immer noch Strange Mood. Nichts mehr, was verboten ist. Es muss nur noch genutzt werden. Immer noch Stew überall. Wisst ihr was? Wir schicken euch mal zum Training. Uh... Achso, jetzt habe ich das aus Versehen gerade gelöscht. Ich habe das aus Versehen gerade gelöscht. Marmöville an. Okay. Ich fahre es, was ich ja mag. Ich muss sagen, die neue Sache ist noch ein bisschen seltsam. Ich will aber, dass ihr trainiert. Trainieren sie. Ich muss sagen, die neue Sache ist noch ein bisschen leer. Das ist mal wieder soweit. Save and return to the title. Und dann gibt es an der Stelle erstmal wieder einen Cut. Also, bis gleich.